So, hallo Leute, Neresozi wieder da zum Bossfight und zwar starte ich den schnell und dann erkläre ich euch, warum ich heute wieder einen Bossfight mache und zwar es war der Wunsch von den Leuten mit 5 Helden den Boss in den Dauerstann zu bekommen. Sieht so aus, der wichtigste Held ist sowieso immer, ok hier ist jetzt keiner drin, der wichtigste ist natürlich immer der Champ, na wo ist er? Hier ist auch der Champ mit seinen 3 Sekunden Stun, dann habe ich den Immotep dabei zum Stunnen, Donagot und Mino und den Kürbis. Ohne Kürbis ist kein Dauerstann möglich, so einfach ist das. Statt dem Mino, wisst ihr ja, könnt ihr alle möglichen Helden rein tun, nur ich habe leider keinen Platz. Hier die Triad oder wie man die auch immer nennen will und den Executor. Der Executor ist eigentlich vorteilhafter, weil man ihn eigentlich schon als ersten Helden hat und wenn er richtig hoch geskillt ist, kann er auch 3 Sekunden Stunnen. Also ist es ziemlich gleich wie der Mino. So, ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Setzen der Helden, aber wir werden es dann sehen. Also ich glaube, dass ich heute mit dem Kürbis denken versuche. So, und sofort das Schild, so und er ist schon im Stun. Also ihr seht, es funktioniert auch mit 5 Helden. Natürlich, mit 5 Stunner macht man etwas weniger, also mit 4 Stunnern, wenn man 5 Helden hat, macht man etwas weniger Schaden. Ihr seht, aufgrund dessen, dass ich keinen Cupid dabei habe, schaffe ich nicht konstant 35.000 Schaden zu machen, aber es ist einfach die Zeit. Wenn man 3 Minuten durchkämpfen kann, ist das sicher nicht das Kriterium, wenn man jetzt 25.000 bis 30.000 Schaden macht. Man bekommt sicher seine 35 Millionen Schaden zusammen, um 14.300 Horner zu sammeln. Also ihr seht, es ist einfach ohne Probleme möglich. Um den Boss im Dauerstand zu bekommen, sollte natürlich der Kürbis mindestens 6 von 9 haben, damit man ihn im Dauerstand halten kann. Umso höher, umso besser, selbstverständlich, gar keine Frage. Und natürlich ist das Talent entscheidend. Ihr habt gesehen, ich habe kein Erquicken auf dem Kürbis gehabt und das war definitiv kein Problem aufgrund der 8 Sekunden im Schutzschild, den Boss hier jetzt in den Stunt zu kriegen. Das einzige Problem ist, ihr seht, ich schaffe es nicht, die Höchstgeschwindigkeit zusammenzubringen, für das fehlt mir ja Cupid. Weil sonst mache ich in zweieinhalb Minuten bis zu 120 Millionen Schaden und jetzt kämpfen wir schon zweieinhalb Minuten und der Boss hat noch fast ein Drittel von dem, was er hatte, als ich eingestiegen bin. Und ihr seht, es sind eigentlich bis auf den Mino, aber den kann man gerne gegen den Executor tauschen, sind alle Helden gegen Shards käuflich bis auf den Kürbis. Aber wie gesagt, ohne Kürbis ist kein Dauerstand möglich. So, drei Minuten, genau 43, also fast 44 Millionen Schaden, das heißt weit über den 35 Millionen drüber. Absolut gar kein Problem, dass man 14.300 Horners dafür bekommt, um die gesamte Belohnung abzustauben. Ihr seht, es ist ohne Probleme machbar. So, das war es jetzt wieder mit dem Boss mit fünf Helden. Ich weiß nicht. Jawohl, das war es. Für dieses Video, ihr seht, es ist gar kein Problem, habt keine Angst, nehmt einfach vier Stunner mit. Ihr braucht nicht den Schaden, es reichen drei Minuten vollkommen aus, um die 14.300 Hohner zu erhalten. Denn, so, das war es wieder an dieser Stelle. Ich wünsche euch was. Tschüss.